Hallo zusammen zu einer neuen Zombie-Modus-Folge, diesmal wieder, ja, Black Ops 2, und zwar unsere Alcatraz 1-Folge, das erste Mal, dass wir Alcatraz spielen, und ich schweb hier einfach mal so rum, das Gitter hast du schon aufgemacht, gut, und, ja, dabei ist Tim. Moin, und der Florian Novich. Was war das denn? Florian Novich. Ist ja dein Spitzname so, ne? So, ich bin Cell, auch ein meiner Lieblingscharakter, ja, ich bin Weasel, den mag ich abliegst, den magst du, ja. Seht doch mal, eine Karte von Gefängnissen, fünf Worte sind markiert, mob. Seht doch mal, eine Karte von Gefängnissen, fünf Worte sind markiert, ja. Genauso wie auf Mob of the Dead, auch wieder Special-Charaktere hier. Ja, du meinst Call of the Dead, das hier ist doch Mob of the Dead. Du weißt doch, was ich meine. Zum Glück, ja. Wahrscheinlich hört man grad voll laut meine Maus knacken. Aber ist das mir grad sowas von egal. Ist das Teil hier? Nö. Ne. Soll ich mich um den Hund kümmern? Jungs, wenn ihr ne coole Wummer wollt, sucht nach Kreide umrissen an der Wand. Aber ich bin ja Master-Aufkäufer. Ne, ne, ich mach die nächste schon. Da oben steht die Electric Cherry. Ja. Wusstest du nicht? Ich kenn das Gefängnis mittlerweile auswendig. Na, so viel hab ich dann doch noch kein Alcatraz gespielt. So, jetzt musst du jetzt noch mal nur herkommen, damit du... Der Schlüssel ist nicht hier. Wie du mir, such ich dir, Wichser. Tja, wie immer, wenn man's braucht. Aber du kannst drüben die Tür aufkaufen. Die Tür, die auf deiner Ebene ist. Na, na. Wenn auch nicht ganz. Ja, kann ich gleich machen. Hier kommen nämlich gerade zwei Zombies. Wenn ich die Messer... Dann... Passt das. Es ist fast so, als hätte ich neue Energie geschüttet. Ach, Dreck. 20 Punkte. So, ich kauf auf. Ich hab auch schon zur Laundry gemacht, ne? Laundry? Wäsche. Nach unten. Ach so. Ja, mach weiter. Das reicht noch nicht. Dann komm ich mal rum. Dann können wir nämlich gleich den... Ähm... Schlüssel machen. Den... The Wardens Key. Wo bist du denn? Ich komme doch schon. Ich zeig dir jetzt nämlich, wie du das machst. Ja. Ich bin ja auch so inkompetent, du weißt das nicht. Weißt du's denn? Äh, wie man an den Schlüssel kommt? Eigentlich in der Regel schon. Ich weiß so nicht, wie man da hinten diese Tür aufkriegt. Wo ist das so schwer? Komm mit. Wo bist du? Ja, warte. Hier ist der letzte... Ach, nee, den letzten Key noch nicht, ne? So. Ziemlich sportlich unsere Knackis hier, ne? Ja. Ich weiß, da oben muss ich hier dieses... Ja, und dann musst du doch da hinten nach da. Ach, da ist er auch... Ach, da ist auch noch ein... Gut, dann geh ich mal. So, jetzt bin ich ja im Afterlife. Ich mach erstmal... Ich mach erstmal den Key, ne? Kommt da runter? Ja. So, ist aktiviert. Vielen Dank. Oh, ja. Alles halt hier so. Alles halt so? Ja. Ist doch nett. Ja, ne? Boah, hier mal ein paar Marikanen wieder auf. Ist eigentlich random hier? Ne, random ist nicht hier. So, jetzt haben wir auch schon die Zeile. Dann lass uns dann mal... ...unten zur Wäsche gehen. Ich geh nochmal eben in Afterlife und aktivier mal Speedcrawler da hinten, oder? Ach, nee, da kommen wir eh nicht hin. Warum nicht? Ne, ich spar mir den mal auf. Ja, es staffelt sich ja nicht. Ja, wer weiß, ob man nachkommen. Ich mach das jetzt einfach. Plötzlich erscheint uns ein weiterer... Probieren geht über Studieren. Ich meine, die Map ist vielleicht nicht so offen wie Origins oder so. Aber ich meine, hier kann man auch eine Menge cooler Sachen machen. Ja, sicher. Es geht ja auf vielen der Maps. Ich meine, ich denke mal, Dyrise hat da auch Potenzial. Hat es auch noch. Was? Das ist ja auch von vielen... Das Easter Egg soll da ja auch ziemlich gut sein. Wäustest du Muni? Ach, nee, warte. Ich geh erstmal aufs Afterlife raus. Ich möchte ja auch was davon haben. Hier ist doch mal ein Afterlife wegen der... Nee, warte aber, warte aber. Oder bist du schon? Ich bin schon. Ich stelle das einfach neben da her, Florian. Ich wollte eigentlich gerade... Hier ist Muni. Ja, warte. Oh, kannst. Ja, warte. So, jetzt aber. Als ob wir auf magische Art und Weise nachgeladen haben. Wie viele Proppen braucht der Hund denn noch? Da kommt noch eins von mir. Da gucke ich nochmal. Vielleicht ist es ja der letzte. Bist du unten... Bist du unten bei der Waschmaschine? Das war Nummer eins. Irgendwo müssen noch zwei weitere sein. So, der Hund ist... ...mech. Bräuchtest du Instakill oder geht alles? Der kann Barrikaden aufhauen, ne? Warte, hier. Der Barrikaden... Wie? Der Barrikaden mit einem Schuss aufgemacht. Wer? Otus. Der hat einmal gegen eine Barrikade gehauen und alle vier weg. Fünf, sechs. Oh, schön. Schon wieder Geld. Ziemlich ja... Okay, Heini oder was? Nächstes Teil von dir? Oder nächste Tür hier? Hier ist random übrigens. Wo? Oben beim Weg da zum... Ne. Nach... Nach oben. Ich wollte eigentlich, dass... Da kommen Waffen raus. Das wird ja immer besser. Nein, du solltest... Na. Damit kann ich mich ein bisschen länger am Leben... Ich kann die nächste... Aber es wird trotzdem dasselbe, Ende. Ich hab hier oben jetzt... Ein... Ja, kaufst du die nächste auf? Ja. Ich bin hier unten jetzt im Keller drin. Ich komme schon. Wie teuer ist die nächste? Zwei? Ähm... Die nächste Tür hier kostet eins. Jo, mach ich. Da müssen wir aber noch einmal warten, bevor du in Afterlife gehst, weil die ja unten auch noch einmal auf muss, ne? Bevor... Du dir die Zahlen da machst. Ich kann aber schon mal runtergehen und aufschließen, ne? Das wäre ja schon mal ein Anfang. Das wäre ein Anfang. So, und gleich kommen ja auch genug Zombies, damit ich die Tür aufkaufen kann. Ja, schon wieder? Was? Wieso kommt der denn schon wieder? Schon vorbei? Ah, nein! Er ist bei mir! Fuck! Oh, ich wusste gar nicht, dass er bei mir ist. Jetzt bin ich down. Fuck, ey. Ich bin... Hast du das Ding unten aufgemacht? Ja. Fuck. Oh, toll, Bruder. Ja, nee, ist klar. Ah, fuck, ey. Warum muss der auch jetzt kommen? Oh, ich bin da nicht down, ne? Es ist vorbei. Ja. Jetzt kommen sie alle hoch zu dir. Zumindest ist Brutus weg. Oh, Mann, macht der Schaden. Wer? Äh, Brutus ist nicht weg? Nö. Jetzt ist er wieder kaputt. So, wenn du es schaffst, wäre es gut, wenn du jetzt einmal schnell da unten die Tür aufkaufen könntest, weil dann wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Glaube ich. Was meinst du damit? Naja, es läuft ja unten eine Zeit ab, bis der Fahrstuhl wieder weg ist. Ja. Ja, das schaffen wir nicht. Ich nehm die dort. Ich bin jetzt gerade hochgefahren wieder. Was soll ich machen? Nochmal? Ja, müssen wir ja, oder? Die Frage ist, ich habe keine Waffe. Ja. Du hast aber Punkte gekriegt, oder? Nee, habe ich nicht. Ja, jetzt bin ich ja Afterlife. Dann bleib du mal leben. Dann mache ich eben die Zahlen. Aber ich kann das Teil auch nicht nehmen. Nee, ff. Nein. So. Ich komme. Vielleicht solltest du erst mal das Teil.